hallo welt da sind wir wieder getrennt voneinander hier mit der lieben sarah hallo sarah hallo ritchie hallo youtube ja getrennt weil wir laufen sterben deswegen machen wir uns auf den weg in ein einsameres gebiet es wird schon hell oder meine ich das nur ja ein wenig hast du musik ja das heißt vier uhr der tag bricht an oh gott sei dank es ist hell endlich die zombies werden wieder dümmer ja hier ist ein schönes haus hier bleiben wir direkt am fluss und zum plündern kommen wir immer wieder in die stadt gehen und ist das hoch das haus ein hochhaus doppelstöckig sehr schön ich komme schon ich bin sofort da okay man muss es okay das sehe ich jetzt erst man muss es halt reparieren es ist halt baufällig baufällig aber es hat eine treppe hat seinen keller weiß ich nicht ich bin jetzt erst mal hier drinnen angucken ja wir haben unsere erste nacht überlebt naja wir haben sie überstanden hier sind cool das ist ein schönes haus das nehmen wo bist du siehst du nicht die kilometerzahl die meterzahl 6 meter entfernt ist es wirklich ein cooles haus dann mache ich mich auf weg zu dir oder ist das wieder so eine so eine zombie falle es hat technik drin okay bleibt da ist deins nicht so gut lass uns doch ziemlich ziemlich baufällig habe ich jetzt gesehen da vorne da vorne da vorne was ich habe ein vorgefunden mit zäunen drumherum und sowas ja das ist der trader können wir da nicht bleiben nein kann es vergessen er schmeißt uns das nachts raus wenn es dunkel wird das ist mir nämlich schon mal passiert als ich alleine gespielt hatte damals in der alten version hat er mich raus gespissen ich habe auch gedacht auch ich kann auch da bleiben die nacht über du wirst automatisch vor die tür gesetzt wusstest du dass albert kirke nicht weit ist und santa fe nein wusste ich nicht und was bitte schönes alamo gordo weiß ich nicht nach roswell sollen wir nicht gehen steht hier wo bist du da bist du ja ich komm schon du hast gesagt du hättest was gutes gefunden ja ich okay direkt gegenüber haben wir so eine hunde farm oder was ja so ein hunde skateboard park oder ich habe keine ahnung oh ich habe ein rezept ach das war ja auch mit rezepten hier oder man kann so rezepte finden wo bist denn du ich bin am laufen ich bin gerade wieder in einem örtchen ich weiß nicht wie der ort hier heißt mich kreis gelaufen nein hier fängt schon schneegebiet an ach richtig vergiss es hier schneegebiet ist viel zu kalt du hast recht nein ist aber noch grenzen aber wir werden die brücke schneegebiet aber sonst ist hier ein kleines örtchen also ich komme dir entgegen ich weiß nicht wo du ich sehe dich jetzt hätten wir den ganzen tag zeit was zu finden die häuser sind alle zu klein hier und aus holz hast du blähungen nein ein zombie hat blähungen da vorsicht die sind doch nicht aus holz sie sind aus stein das teilweise ja welches haus hattest du dir denn ausgesucht das ist außerhalb außerhalb hier lang das ist ganz ganz außerhalb müssen wir durch den ball zurück aber schön hier ist noch mal ein kleiner ort nehmen plündern können aber das haus ist kaputt es hat der eingang ist zerstört das habe ich vorher nicht gesehen gehabt und ich glaube es ist auch aus holz aber es gibt gar nicht mehr so viele vereinzelte häuser oder meine ich das nur da hinten ist das haus nix drin ja es ist halb zerstört das haus aha ja nee das bringt es auch nicht ach meinst du nicht oder ich weiß nicht wenn du meinst hier steht was auf dem schild vorsicht help keep was keep out oder so jemand da oh ist das kaputt ich glaube die das haus ist baufällig etwas aber richtig baufällig aber vielleicht finden wir noch ein paar sachen die man mitnehmen kann hier ist einer hier ist der haus ist da der mag das nicht wo bist du ach ich bin hier unten da ich habe ihn mitgebracht und darunter schon die treppe ich gehe raus gut ich bin hinter dir einfach anzünden hm sollten wir das befreien von dem oder ja können wir ja mal machen oder sollen wir doch lieber in die stadt gehen stadt sind noch mehr zum ist da ist ja keine ruhe ach ja stimmt sagt es der stadt ist nicht gut ich bin gleich tot bleibt er jetzt liegen ja Ja. Gut. Ach, das ist Angelblei. Ich dachte, das wäre eine Brille oder so. Automatische Waffenrezepte habe ich hier. Willst du das haben? Ja, halt mal feste erst. Ja, wenn ich sterbe, ist es weg. Ja, dann haben wir Pech. Aber was man gelernt hat, hat man gelernt. Möchtest du das nicht haben und lernen? Okay. Ich habe Blaubeersamen gefunden. Das ist das Beste, was man früher machen konnte. Blaubeerkuchen hier. Hoppla. Ich habe auch irgendwas zum Bauen gefunden. Rezept oder so. Ja, wo werfe ich dir das hin? Vorne auf die Terrasse, findest du das? Kannst du es nicht in einen Schrank packen? Ja. Oder in einen Müllsack? Das geht doch besser dann, oder? Bist du oben? Nee, ich bin draußen. Auf der hier bin ich. Ich kann dir das auch da hinwerfen. Guckst du? Bitteschön. Da liegt es. Dankeschön. Wenn du das magst, kannst du das ja gleich lernen. Denn, wie gesagt, wenn wir tot sind, dann müssen wir das wiederfinden. Okay. Ich habe auch irgendwelche Samen gefunden. Und die haben ein Bad mit Durchgang hier. Gläser habe ich gefunden. Viele. Das ist gut. Toilette durchsuchen wir noch. Schmutziges Wasser zweimal. Du hast schon alles durchsucht, glaube ich. Unten ja, oben noch nicht. Aber, wie gesagt, ich schaue mir erst mal an, was du mir gegeben hast. Die Green. Was ist das denn? Ist das nicht so eine AT oder so? Man kann es. Links klicken, um ein Gegenstand oder einen aktiven Effekt genauer anzusehen. Okay. Äh. Adding a diamond, please attain to the entire health of one item. Okay. Aber ob ich denn auf einmal die Mütze her... Weiß ich nicht. Ach, die hat sie automatisch aufgesetzt. Weil sie ja mal gestorben ist mit Mütze vielleicht. So, oben ist nichts mehr. Okay. Wie kann ich das... lernen? Ja, wie kann ich das lernen? Ich habe keine Ahnung. Draufklicken, oder? Nein. Links klick. Benutzen. Okay, habe ich gelernt. Ach, du warst das. Ich dachte schon, ich habe hier irgendwas. Das Green-Dingern, das kann man nur fallen lassen. Gut. Hast du alles? Hier ist noch Stoff. Okay. Was kann man mit dem Stoff machen? Verbände, glaube ich. Okay. Meine Axt ist kaputt. Äh, reparieren. Danke. Okay. Ja. Schade. War wohl nichts mit dem Haus. Gefällt dir nicht. Nein, ist er kaputt, Ritchi. Was sollen wir da drinnen machen? Okay, weiter? Ja. Äh, wohin? Mir egal, ich folge dir. Äh, ja, Rucksäcke könnten wir ja, jetzt ist der Tag, oder? Nochmal aufs Dach. Ja, 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 gute Idee. Wo bist denn du? Hier unten. Wir sollten was bauen für die nächste Nacht, sonst. Ja. Brauchen wir Material. Sollen wir uns hier einen Schlafsack, ich mach nochmal einen Schlafsack, mir doch wurscht. Oder? Hier an dem Haus, meinst du? Ja, einfach, dass wir, äh, beim Sterben, dass wir hier sind. Das nervt ja immer hier weg. Ja, vor allem, dass wir uns immer erst suchen müssen, oder? Ja. Ich find's besser, wenn wir wissen, wo wir sind. Okay. Ich mach nochmal einen Schlafsack, machst du auch einen? Ich hab schon, ja. Okay. Außerdem haben wir hier Wasser. Ja, vielleicht können wir ja doch was da rausmachen, um mal gucken. Im Haus oben, ja? Im Haus oben? Den Schlafsack hinlegen? Ja, ich komm. Ah. Ja, okay. Hier? Ja. Hier so, oder ist da mehr... Nee, da ist er kaputt. Hier in dem Zimmer? Ist auch kaputt, die Ecke. Hier ist ein bisschen größer und hier steht so ein großes Bett schon. Und ne Heizung haben wir auch hier. Ja, aber da ist ja ein Loch. Die Heizung bringt auch nicht viel. Aber wir haben dann Aussicht auf das Vogelnest und den Fluss. Wo möchtest du? Wo möchtest du? Ich mach hier. Okay. Wenn ich noch weiß, wie das geht. Ähm, ja? Ja. Wie hast du das jetzt gemacht? Hingelegt, ähm... Mit die Schnellauswahlleiste unten da reingelegt. Ausgewählt und dann einfach hingelegt. Soll ich lieber so hinlegen, dass wir... Moment, mit dem Kopf da so liegen. Und dann die rechte Maustaste. Ich muss nochmal schauen. Fallen lassen, oder was? Nein, in die Schnellauswahlleiste unten. Ja, war er ja drin, aber irgendwie... Dann auswählen, auf dem Boden gucken. Ich spiel mit, äh... Hoch. Okay, ich hab's geschafft. Du liegst falsch rum. Okay, kann ich's wieder aufheben? Ja. Ja. Oh, ich glaub, wir haben Level Up, oder was? Irgendwie Musik hat der Klingung. Ja, wie elegant du das da hingelegt hast. Nein, es... Und ich hau immer drauf, wie blöd. Ich möchte gerne... Es lässt sich nicht drehen. Hallo? Ah, doch. Ich glaub, das war hier die linke Maustaste. Das müsste die Feuertaste bei dir sein, mit der du auch zuschlägst. Mit der kannst du das dann, glaub ich, drehen, wenn das einmal so... Ich bin jetzt gedreht, aber er legt es nicht so hin, siehst du? Ach so, du kannst das Objekt drehen an sich, mit der Feuertaste, mit der du auch zuschlägst. Okay. Ich versuch's. Ah, hat sich gut angehört, was du da mal... Krrrrk. Da. So. Gut. Ja, liebe Welt da draußen. Geschafft. Haben wir's geschafft. Unsere Betten liegen. Gott sei Dank. In der nächsten Folge geht's weiter. Ja, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.